Die menschliche Natur hat ihre Grenzen. Sie kann Freude, Leid und Schmerzen bis auf einen gewissen Grad ertragen und geht zugrunde, sobald dieser überschritten ist. Freilich ist es leichter zu sterben, als ein qualvolles Leben standhaft zu ertragen, sagte Albert. Ich hab eine Bekanntschaft gemacht. Ich steh auf dem Wagen, wie ein Träumender, und war zu, links, in der dämmernden Welt verloren. Um die Erde nur will ich schweben. Wer sind die Tausend mal Tausend, die Myriaden mal Hunderttausend, die diesen Tropfen bewohnen?